Bodo würde gerne Bilder, Text und Videos versenden. Aber wie geht das eigentlich? Kandidat Nummer 1 Hi, ich bin WhatsApp. Nimm mich, ich bin schnell und koste nichts. Das ging ja schnell. Hm, aber was waren das für komische Typen? Kandidat Nummer 2 Hallo, ich bin Trema. Ich koste ein bisschen was und bin super sicher. Joa, das war jetzt sehr gemächlich, aber die Security war top. Kandidat Nummer 3 Hey, ich bin Telegram. Ich koste nichts, bin schnell genug und sicher. Das war jetzt ganz ordentlich. Und sicher habe ich mich auch gefühlt. So, und womit fährst du?